Aus. Unfair. Alter, einfach 170% Samus so. Yo, und ich hab ihn auch gekillt. No way. Oh, das gibt damage. Oh mein Gott, Alter, was in Stock. Oh, nice. Oh, okay, am Ende. Ach, so knapp. Ah, okay, ich hab ihn halt an der Kante. Die Ledstraps sind halt auch von Samus drin. Nice. Und sogar das Setup. Clean. Das ist actually closer als gedacht, man. Aber ich hab ihn wieder an der Kante. Und ja. Deswegen hab ich gesagt, ich hab ihn wieder an der Kante. Die Setup. Asami, wenn du noch da bist, der Modern Rogue hat gerade in dem Moment geschrieben, dass er leider gar nicht mitzocken kann. Das heißt, Asami, wenn du dich jetzt anstellst, dann wärst du direkt nach dem Set gegen Daki eigentlich dran. Ja, dieser weiße, also der weiße Barcode nicht, nicht direkt der Barcode, aber da steht ja eine Zahl. Schon genug gegiftet hier. Und da hat Miku auch einfach den Sub, ohne was gemacht zu haben. Tja, jetzt hast du deine Zwir-Modes. Auf geht's. Let's go. Schönes Timing bei den Getter. Alter. Oh, war richtig schön gewartet. Ja, das war halt ein Regrab, da konnte ich nichts machen. Nein. Ich hab die Backup verkackt. Das hätte vielleicht schon killen können, das wäre so schön gewesen. Aber gut. Dann halt das, ey. GG. Ist das dein Merch am Anfang deiner YouTube-Videos? Ist nicht mein Merch, aber mein Sponsor. Der hat mich mal angeschrieben eben für Sponsoring. Ich hab die halt hier oben auch im Chat. Ich bin gerade übrigens dabei, ihn zu früh stoppen. Ja. Ah, kein Disinspekt. Aber ja, Asami, ich will ja nichts sagen, ne? Ja, dachte ich mir schon. Oh, aber das war perfekt. Okay, dann war es vielleicht doch von der Seite aus von Tatara. Vielleicht hat da jemand was gedauert. Ja, weiß nicht. Ja, gut, aber es läuft jetzt auf jeden Fall wieder, ne? Das ist ja das Wichtigste. Oh, die Snipes. Und der Spike, yo. Der Pitman. Boah, der Kill Confirm ist ja wirklich crazy. Swirl Club auf Twitch. Und deswegen kann ich mich leider nicht, also kann ich die 33 leider nicht rausnehmen. Ich spiele gleich gegen dich Ness und Bio. Kannst mir sagen, damit ich bin ich besser. Yes, kann ich gerne machen. Ist auch eben einfach wichtig am Anfang. Bin immer gespannt. Das ist auf jeden Fall noch eine Weile hin, ne? Dass ich rein nice werde. Ja, aber die sind schon seit Jahren. Mhm. Ach, das war richtig knapp. Vielleicht schaffe ich es jetzt nochmal. Yes. Einmal, glaube ich, noch und dann ist er weg. Ah, leider nicht gecatcht. Aber das klappt so oft, das ist ja richtig gut. Down-Hair-Up-Smash, Down-Hair-F-Smash. Mega nice. Und der Annie, der traut sich halt auch direkt auf den DK. Finde ich sehr wild. Weil eben der DK kann schon einige Kombos gegen Samus fressen. Boah, das hätte schon fast getroffen, Mann. Boah, wie knapp. Komm, die So-To-Death muss drin sein. Nein. Oh, okay. Einmal wurde ich berührt. Yo, Lucy, was geht's? Guten Mittag. Willkommen im Stream. Boah, das ist noch confirmed. Und jetzt die Down-Hair. Come on. Oh, let's go. Ah, schöner Stock. Ich fische auch gerade ein bisschen für Grab, wenn ich ehrlich bin. Aber der funktioniert gegen Dicke auch so gut, ne? Deswegen. Ah ja. Aus dem Move rausfliegen ist auch immer noch gut, wenn das passiert, ne? Oh, jetzt kommt ein bisschen Leck durch. Alter, dass mich das noch getroffen hat. Okay, schöner Confirm. Mal gucken. Ja, das ist halt extrem schwer als DK, was dagegen zu tun, ne? Muss in zwei Stunden arbeiten. Also passt alles. Ja, der Stream hat gerade jetzt angefangen. Ne, wird so circa zwei Stunden gehen. Dann passt das echt perfekt. So, diesmal kriege ich das hin mit der Abi, oder? Ne. Leider daraus die Eid. Aber trotzdem gute Damage für mich, ne? Muss jetzt nicht immer alles funktionieren. Okay. Vielleicht hat der Andy recht, ne? Vielleicht wird's doch nicht so knapp, ey. Jetzt kommt einfach, jetzt kommt einfach der dreistöckige. Schmoovin, Alter. Damn, Alter. Ja, Andy wusste einfach, was passieren wird. Als ob... Ey, wenn das jetzt schon killt, ne? Dann ist wirklich vorbei. Okay, er ist rausgeflogen. Schade. Aber Damage ist trotzdem da. Der Lucky ist ja unten. Hab's gesehen. Ah, schade. Ich dachte, da kommt jetzt die Rolle. Ja, gut, ne? Es lief alles super. Es lief alles super, bis dieser Fight'n Punch kam. Warum auch immer, Alter. Der Luis, der stylt mal wieder zu viel rum, ne? Oh, ich wusste, dass er jumped. Das war schön. Mal gucken, ob ich was draus machen kann. Ja, ich wusste sogar, dass er dodged. Okay, da hat er... Krasser Engel. Ach so. Ja, Nintendo, ne? Die Sache ist halt... Wir hatten ja auf WhatsApp drüber geschrieben, ne? In zwei Jahren, da ist halt so einiges passiert. Es gab eine Zeit, da hab ich mit Mods gestreamt. Also meine Switch gehackt, ne? Und in den Augen von Nintendo war ich... Oh mein Gott, Alter. Oh, hat den das gekillt, ist ja krank gewesen. Aber da... Alter, was denn es doch? In den Augen... Aber das ist ja das geringste Problem. Und dann geht's mir mehr und kriegt. Warte, wenn das killt... Oh mein Gott, Alter. Yikes. Ich bin dann in den Smith gegangen, weil der ist halt in meiner Nähe. Und da gibt's halt Switches. Dann hab ich so gesehen, so hm, ich könnte mir eine normale Switch kaufen. Aber ich könnte mir auch eine OLED-Switch kaufen. Eigentlich richtig dumm, weil ich meine, meine Switch wurde gebannt. Und ich muss schon das ganze Geld ausgeben. Und mir eine neue Switch kaufen. Ich muss die Charakter wieder freischalten. Ich muss die DLCs wieder kaufen. Und trotzdem hab ich einfach extra 100 Euro mehr ausgegeben für eine OLED-Switch. Also Nintendo hat an mir richtig profitiert. Muss man schon sagen. Aber hey. Ist in Ordnung. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auf jeden Fall auch das Geld. Also, das passt. Alter, was ist das hier? Ich bin auch tot, aber krank. Down smash noch. Okay, immerhin. Boah, ich wollte's parryen. Einfach das Timing verkackt. Okay, was mach ich, was mach ich, was mach ich? Oh, das war actually gut. Improvisiert, aber gut. Das ist halt, das ist einfach unfair. Du spielst und immer mal wieder in meinen Streams vorbeischaust, die auch ein bisschen das Matchup beibringen. Weil, not to flex, aber ich gehöre so zu den Top-Samus. Nice, der Ballon ist einfach geplatzt durch die Bombe. Ich bin mal im Lurk. Jo, Lucy, viel Spaß im Lurk. Oh, schönes Timing. Ja, aber das will er auch machen, ne? Oh, Johns. Da ist einfach vorbei. Oh mein Gott. Triple Back-Air. Jeder Back-Air auch einfach Strong-Hit. Der parry sitzt. Oh, die Up-Air ist vielleicht. Das könnte jetzt schon GG sein. Ja, das wird auf jeden Fall killen. Nice. Oh, und da gibt's wieder die Back-Air. Ja, ja, ich seh schon. Alter, das ist auch einfach killt. No. Oh, aber es hat halt einen unterschiedlichen Abstand als bei mir zu Hause. Vielleicht deswegen. Junge, diese Lacks. Es tut mir so leid, Mann. Oh, das war clean. Jo, damit dann GG's. Stimmbruch. Ja, auch in der Teil eben mit Stream so ein bisschen anfangen will. Aber aktuell ist da noch nichts geplant. Wow. Das killt einfach fast. Das war schön. Ach, Tuning ist so ein cooler Charakter. Da gibt's halt andere Prioritäten. Aber vielleicht gibt's eben morgen dann auch so wie heute so am Mittag einen Stream. Nicer Confirm, Alter. Das waruerhaft. Ja, oder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017